Das Best Western Hotel Stuttgart Winterbach ist ein sehr persönlich geführtes Hotel für alle, die auf gepflegtem und anspruchsvollem Niveau nach Hause kommen möchten. Im schönen Remstal östlich von Stuttgart liegt das Hotel verkehrsgünstig an der B29 zwischen Stuttgart und Ahlen. Winterbach ist ein ideal gelegener Ausgangspunkt für Wein- und Waldwanderungen als auch für Stadtexkursionen nach Stuttgart, Esslingen oder Schwäbisch-Gemünd. Als Erholungsziel bieten Winterbach und das Remstal vielerlei kulinarisch, kulturell und historisch interessante Anziehungspunkte. Alle 62 renovierten Gästezimmer verfügen über Telefon, Duschbad, Schreibtisch, Sitzgelegenheit, Minibar, Satelliten-TV, Video- oder Pay-TV, Radio- oder Radiowecker, Kosmetikspiegel, Haartrockner und kostenfreiem WLAN. Feines muss nicht teuer sein, ist das Motto der neuen abendlichen Speisekarte im Restaurant Remsland. Pfiffige und köstliche Kreationen für den großen und kleinen Gourmet. Das Konzept bestimmen Spitzenqualität, kulinarische Bestleistung und ein schwäbischer Preis. Erleben Sie zum Beispiel einen entspannten Tag im neuen Oskar Frech Seebad. Dank unserer Kooperation erhalten unsere Gäste ermäßigten Eintritt in dieses hochmoderne Hallenbad, der Ziegelei-See und den Saunagarten, einer Freizeitlandschaft für alle. Kommen Sie und genießen das schöne Remstal in Winterbach. Kommen Sie und den Saunagarten, einer Freizeitlandschaft für alle.